So, wunderbar. Nur schnell Aufnahmeknopf an ausgemacht, damit ich eben besser die Folgen dann rechts schnütteln kann. Das ist super. So, denn ich habe jetzt leider auch kein Material mehr für YouTube. Hallo? Ah, wo, wo, wo? Schlechter Winkel, schlechter Winkel. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Und zwar bei der Folge quasi, oder wenn es eine Folge wird, geht das dann auf 24 Minuten und das ist okay. Ja, ist eh schon Überlänge. Hä? Ich bin doch gar nicht ausgestiegen. Ich habe doch gar nichts gedrückt. Okay. Ich hätte eigentlich gerne noch dieses Geschütz gehabt für... Warte mal. Ich kann den nicht mehr fahren. Oder doch. Dieses X, ne? Warum? Das Spiel möchte nicht, dass ich das mache. Okay. Ist das denn sch... Ja, genau. Ja, genau. Hm, okay. Okay, ist defekt. So, jetzt probieren wir das nochmal mit dem... Mit dem Truck. Ah, ich kann da wechseln. So, links von uns waren welche. So, jetzt... Da ist er, da, 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 da. Die gehen hier auf Patrouille. So. Oh, wir sind mal... füße still hier. Hier waren wir noch nicht. Da ist ein Gesch... Ja genau. Einfach runter. Die Fahrkünste war exzellent. So, lass mich mal da bis da runter. Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ich fahr mal hier her. Er will die nicht treffen, ja? So, ich fahr lieber das Boot. Die ziehen da ihre Kreise, ne? Ach, lass gut sein. Muss da hin. Dann fahr mal am besten hier in die Bucht rein. So, ich fahr mal. So, ich fahr mal. Ja, genau. Bist du denn behindert? Mit einem Raketenwerfer? Wie stimmt das die Möglichkeit? Moped, hier. Es geht schon wieder los, so wie letztes Mal, dieses Rumgeeier. So, ich fahr mal. So, ich fahr mal. Das war's. Was ist denn die Möglichkeit, da kommen die mit einem Raketenwerfer auf kürzester Entfernung? Das kannst du mir nicht erzählen. Dass die sich nicht selber umgebracht haben. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, puh. Ja, sicher. Du da oben siehst mich, ne? Ich muss auf jeden Fall da lang anscheinend. So, das waren die zwei Grattler mit dem Raketenwerfer. Den haben wir. Warte, warte, warte. Hä? Wie geht denn das? Am Geschütz. Ich glaub's ja mal. Sehr gut. Da ist mal ein bisschen Rüstung. So. Die Munition hätte ich gerne. Hat das ja schon aufgenommen. Scheint so. Okay, ich glaub's gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Aber ich fahr hier lieber nochmal mit dem Moppet durch. Oder mit dem Chipboot durch. Ja, wollen wir nochmal schauen. Hä? Und wo? Wir wurden gerade von irgendwo beschossen. Ah. Huch. In dem Hemd. Ja. Na komm doch. Ah. Ah. Meinst du, du kommst den Berg hoch? Ah. Ich weiß es nicht. Die Idee wäre schon da, gell? Quasi. Eine Abkürzung zu nehmen. Oh. Ich glaub ich komm hoch. Ich glaub schon. Was? Oh, Alter. Hast du das gesehen? Alles okay? Ja. Gehst du, seid ihr denn das Wahnsinns? Das war das Boot, ne? Das war das Boot. Das war das Boot. Hey, warte mal. Wo kommt der? Hat dir da Spaß? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Entschuldigung. Ja, ein Satz mit X, das war wohl nix. So, schauen wir mal. Wo kommen wir denn da raus? Nein. Hier kommen wir wieder raus. Ah. Boah, ist das lästig. Das gibt's doch nicht. Mach doch nicht diesen. Warte mal, wie hab ich mich das da um... Ne, ich will da hin. Wie hab ich das gemacht? Hier ist der Schuss, guck mal. Verpackt. Voll gut. So. Entschuldigung. Ich weiß nicht, welchen Knopf ich gedrückt habe. So, es geht die gleiche Schoße wieder rum. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir es aber anders. So. So, moin Leute. Grüße regnen lassen. Das sind die reagierten Fuzzis. Und da soll man mal zu mir sagen, ich bin nicht geduldig. Mann, 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 Mann. Ich hab euch vergessen, ne? Soll nicht wieder vorkommen. So. 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 Ich glaube, ich fahre da mal direkt im Berg. hochgehen. Also nicht hinten rum, da wo die Treppe ist. Diesen bescheidenen, zack's mal schnell. Raketenwerfern, aber hier diese Boote nerven mich. Ich nehme den auch gleich mal mit, das ist nämlich das Boot, was mich dann da angegriffen hat. So, oder ich schieß jetzt einfach mal von hier aus. Oh mein Gott. Das ist ja schön am live, weil jetzt würde ich normalerweise erst mal eine Pause machen, frische Luft schnappen. Ja, Dinge tun, ne? Ja, oder so lange probieren und dann den Schnitt setzen. Aber hier ist alles ungefiltert. Ja, das ist so geil. So, Katastrophe. Und hier ist alles ungefiltert. Das ist so gut. So, wir hatten erst mal das Boot hier, ne? Auf der Seite. Aber irgendwo hat mich ein anderer Raketenwerfer von hinten erwischt. So, der haut ab. So, wir hatten die 's. So, bis bald. So, wir haben creams Nous, das überwarten. Wir kommen Ihnen. Ach, co? ankaschen. Steht er doch. Boah, echt jetzt? Echt jetzt? Ich kann im Wasser nicht schießen. Ich kann im Wasser nicht schießen. Warum kann ich im Wasser nicht schießen? Das verstehe ich nicht. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ach, mit Dingenskirchen. Ja, mit der Schifftaste geht das jetzt. Hier, viel kontrollierter. Da ist so einer gelaufen. Da ist er. Den haben wir. Halt, warte, warte, warte. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eh? Was war denn der Blödsache? Hä? So. Kann ja nicht wahr sein, dass ich so lange brauche für diese Mission hier. Das gibt's ja gar nicht. So. So. Oh, hat er ein Glück. Junge. So. 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 Sieht nicht gerade bequem aus, wie der da hockt. Das ist doch nicht wahr. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Gib mir die Chance. Ja, da geht der Rack. Ich lauf rein. Nachladen. Alles gespeichert? Nee, gell? Hinten. Und 3, 2, 1. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Das ist doch nicht wahr. Ich habe dich getroffen. Stirb! Es gibt's doch ruhig. Maria Gabriel, Alter. Boah. Sehr gut. Hast du dich Ihrer aktuellen Positionen. Bewegen Sie sich. Die schicken Einheiten. Speichert. Hat gespeichert. Hat gespeichert. Hat gespeichert. Ach, lass mich dran Ruhe. So. Sehr geile Idee. Vielen Dank. Nicht den Gleiter. Nicht den Gleiter? Welchen Gleiter? Wo ist denn hier ein Gleiter? Ach da. Mensch. Das ist voll geil. Das ist mir auch schon in normalen Let's Plays aufgefallen. Ihr Zuschauer. Ihr seht viel mehr als ich. Halt. Nehmen wir ihn. Juhu. Ihr seht viel mehr als ich selber. Ja, wenn ich mir ab und zu mal meine Aufnahmen anschaue. Was ich dann stellenweise übersehen habe. Das ist voll krass. Das ist voll krass. Ja, genau. Alter, wo bist denn du? Ich will mich doch verarschen. Und da hinten? Alter. Das ist ein fucking... Der Turm da hinten hat mich gesehen. Das ist... Das ist doch nicht wahr. So, warte mal. Ja, genau. Ziel doch mal woanders hin. Das muss doch nicht sein. Das wird mich richtig stressen mit dem Gleiter. Ja. Was die aushalten, ne? Ihr Affen. Theoretisch getroffen. So, wo ist das Boot? Rechts tief. So. Jetzt ist es aus und vorbei mit der übelte 3. So, Digga. So. Da, 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 da. Mal schauen. Er war aber noch ein kleines Boot unterwegs, ne? Vielleicht habe ich da mal Glück und es fährt gerade auf der anderen Seite rum. Ich möchte gerne an Höhe gewinnen. So. Da, 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 da. Oh. 십aj. Tam. So, du musst, äh, das glaube ich mit dem Boot, sonst feuert es permanent auf dich. So, da hinten ist der Turm. So, der hat uns noch nicht gesehen, aber ich habe noch einen Sniper mit grandiosen 5 Schuss. Wo ist denn der Turm? Da. Da ist noch ein Turm. Ja, wollt ihr mich verarschen? Boah, das ist wieder so ein kugelsicheres Blatt, das gibt es noch nicht. Nur der Feind kann durchschießen. Ein Schuss. Die Turm habe ich gar nicht gesehen. Warte mal, ich hätte doch noch einen... Jetzt kommen die auch hierher, ne? Hä? Mach dich bloß weg. Ich muss doch da hoch. Ist denn hier irgendwo ein Eingang? Ah, da hinten ist der Weg. Ich muss hier runter. Oh, warte mal, da ist einer. Ja, ich habe doch ein Radar. Hast du das gesehen? Ich habe volles Ballett auf ihn drauf gehalten. Der Punkt war auch auf ihn drauf. Trotz der Streuung? Verfehle ich. Das gibt es doch nicht. Oh, halt. Ah. Oh, halt. Oh, halt. Ich muss, glaube ich, mehr das Fernglas nutzen, damit man so ein bisschen die Kerle markiert auf dem Kompass unten. Aber meine Gesundheit ist echt gut. Wir werden immer noch gestört. Crow muss irgendwo noch ein Notsystem haben. Moment. Ich hab's gleich. Da! Bestlich von Ihnen ist ein Frachter mit einem mobilen Notsystem an Bord. Ein Frachter. Okay, okay, okay. Habt ihr gesehen? Die Schleicher schlechten sich an. So, der Kompass sackt hier runter. Fahr mal da runter. Ja, du mich auch. War kreuz und quer. Da ist ein Tanker. Wenn Sie auf dem Geschäft sind, müssen Sie die Sprengladung am Benzinverkan bringen. Das muss man erreichen. Der wird schwer bewahrt, aber ich glaube, ich schaffe es. Ja, genau. Ich steig mal lieber ab hier. Guck dir das an, die sind doch alle nicht ganz sauber. Im Leben nicht. Atastrophe. Ah, jetzt ist der dauernd. Guck an. Ja, brutal. So, da ist es. Guck an. Escape an.